Grüß euch Freunde! Ihr habt es euch wahrscheinlich schon gedacht, aber ihr müsst eigentlich lernen. Ja, was mache ich stattdessen? Vielleicht schaue ich seit ein paar Stunden TikToks, vielleicht aber auch nicht. Aber was soll ich machen? Ich bin hier das Opfer. Ich kann nichts dafür. Schaut es euch selber mal an. Ja, also mein Humor ist halt irgendwie komplett kacke. Ich weiß jetzt alles so richtig. Zeigt sie mir die Qualität von meinen TikToks. Meiner4u-Page ist einfach wieder... Nee. Kennst du das zufällig, wenn der ganze Tag komplett normal war und plötzlich passiert irgendwas, was komplett weird ist und den ganzen Rahmen springt? Nicht eines. Raus dich, ne? Nö. Raus du? Nö, du. Was? Du? Ab du raus? Nee. Nee. Du? Ja. Achso. Ja, passt. Super. Du hast nicht zufällig einen Euro, ne? Nö. Hast du einen Euro? Nö, du. Was? Du? Ob du einen Euro hast? Nee. Nee. Du? Ja, ich habe einen. Achso. Ach, endlich. Boah, jetzt wird es aber Zeit. Ähm. Ey, warte mal einen Moment. Was wollt ihr denn machen? Ich habe vergessen, was ich machen wollte. Was mache ich denn jetzt? Ich habe das doch irgendwo aufgeschrieben überhaupt. Auf dem Linken. Pipi-Pupu. Ja, okay. Puh. War knapp. War knapp. War knapp. Was ich kurz fragen würde, was meine besondere Eigenschaft wäre. Ich würde sagen, ich habe die Fähigkeit, dass ich mich überhaupt von nichts ablegen lasse. Also ich bin immer eigentlich schon sehr konzentriert und gefokust. Ja, doch. Ich wollte nur kurz mein Board waxen. Warum? Warum? Ich verstehe es nicht. Warum macht man das? Keine Ahnung. Ich verstehe es nicht. Da hat ein Mann einen Stein in seine edelsten Teile bekommen. Quasi einen Edelstein. Fisches Brot in fünf Minuten pro Tag. Ist ganz simpel. Du machst Weizenmehl, Wasser, Salz und Trockenhefe. Wollte es ja nur schnell ausprobieren. Und das kannst du jetzt mit dem restlichen Teig eine Woche lang jeden Tag wiederholen. Das sind nur fünf Minuten. So, da, da. Also, ich kann das erklären. Ja, da muss man halt auch ganz klar sagen, das ist halt dann auch irgendwo einfach nicht in meinem Budget drin. Super Uhr. Kennst du das Gefühl, wenn du dir so denkst, okay, das glaube ich reicht irgendwie für heute schon wieder im Internet? Ich glaube, das ist jetzt der Fall. Ich glaube, es ist langsam an der Zeit. Es ist schon wieder kurz. Boah, 14 Uhr. Ich mache jetzt weiter. Macht es gut. Ciao, ciao. Verdammte Scheiße, kacke Pisse, alter, ist das geil.